Das Wort hat jetzt der Kollege Rolf Schwanitz von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eine große deutsche Tageszeitung schrieb in der letzten Woche angesichts der Tatsache, dass die Neuverschuldung für 2012 satte 4 Milliarden über dem Wert von diesem Jahr liegen soll, Folgendes. Ich will es mal zitieren. Von einer konsequenten Haushaltskonsolidierung gar einem echten Schuldenabbau kann angesichts dieser Zahlen keine Rede sein. Im Gegenteil, während Merkel, Schäuble und Co. in Brüssel lautstark die ungebremste Schuldenpolitik der Europartner anprangern, setzen sie zu Hause trotz der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse die unselige Politik auf Pump fort. Zitat Ende. Der Einzelplan 10 ist ein Paradebeispiel für diese unsolide Haushaltspolitik, meine Damen und Herren. Denn das eigentliche Herzstück des Einzelplans 10 soll für 2012 abermals sein, der Ausbau und die Verstärkung der passiven Subventionen in der Landwirtschaft. Während andere wichtige Themen und Aufgaben sträflich missachtet und vernachlässigt werden. Dazu gehört beispielsweise die Strukturpolitik, dazu gehört beispielsweise Investitionen, Investitionsförderung in der Landwirtschaft, der Tierschutz im Bereich Massentierhaltung, dazu gehört Verbraucherschutz, dazu gehört auch Innovationspolitik, meine Damen und Herren. Das ist die Schlussbilanz dieser Haushaltsberatung beim Einzelplan 10. Zum Thema Agrarsubventionen an der Stelle nur so viel. Nach dem Willen der Koalition sollen im Haushaltsjahr 2012 nochmals zusätzlich, ich will über die Basisgrößen gar nicht reden, nochmals zusätzlich 335 Millionen Euro an passiven Agrarsubventionen für 2012 ausgebracht werden. 260 Millionen im Bereich Agrardiesel, 75 Millionen zusätzlich im Bereich der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung. Dagegen sind die Ausgaben für die Innovationsförderung im Haushaltsentwurf 2010 im Einzelplan 10 geradezu kümmerlich. Der Betrag soll in 2012 bei noch nicht einmal 34, 35 Millionen Euro liegen, meine Damen und Herren. Man muss sich das mal klar machen. All das, was 2012 zusätzlich an passiven Agrarsubventionen ausgebracht werden soll, zusätzlich, wird insgesamt das Zehnfache dessen ausmachen, was an Innovationsförderung im Einzelplan enthalten ist. Das ist die Situation. Wir haben Ihnen von der Koalition vorgeschlagen, diese Subventionitis zu begrenzen und stattdessen die Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz zu stärken. Kollege Priesmeier hat ja schon darauf hingewiesen. Sie haben 85 Millionen daraus geschossen, um die Agrardieselsubvention gegenzufinanzieren. Sie haben das abgelehnt und Sie haben stattdessen in den Haushaltsberatungen bei der Gemeinschaftsaufgabe noch einmal die Verpflichtungsermächtigungen um 1,8 Millionen Euro gekürzt. Sie haben also nicht nachgebessert, nicht gemildert, sondern Sie haben zusätzlich verschärft die Situation. Frau Aigner, Sie werden der deutschen Öffentlichkeit sicherlich als Subventionsministerin, Sie werden aber nicht als Verbraucherschutzministerin, Sie werden auch nicht als Tierschutz- oder Innovationsministerin, Sie werden wahrscheinlich noch nicht mal als gute Landwirtschaftsministerin in Erinnerung bleiben, meine Damen und Herren. Dieser Drang zur Subventionitis macht sich auch besonders gut in Brüssel, ich muss das noch einmal ansprechen, im Zusammenhang mit dem Thema Blick auf die Neustrukturierung der EU-Agrarsubventionen. Nach Osteuropa maßhalten predigen, nach Osteuropa maßhalten predigen und hier im Inlandsbereich die Subventionen nach oben fahren bis zum geht nicht mehr. Diese Doppelzüngigkeit wird bei unseren osteuropäischen Nachbarschaftsländern durchaus bemerkt werden und in Erinnerung bleiben, meine Damen und Herren. Beim Thema Tierschutz, Frau Ministerin, besteht fast ein Komplettversagen. Wie beim Verbraucherschutz agiert und reagiert Frau Ministerin Aigner nur, wenn es aufgrund des Außendrucks unvermeidbar ist. Mehr noch, ich habe den Eindruck, dass das Thema Tierschutz im Zusammenhang mit Massentierhaltung so lange tabuisiert wird, bis es eben quasi nicht mehr geht. Es bedurfte, wollen wir es noch einmal ansprechen, der Ansage des Landwirtschaftsministers aus Nordrhein-Westfalen, dass der Antibiotika-Einsatz bei der Hühnermast nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Erst danach kamen Aussagen von Frau Aigner auf den Tisch. Öffentlichkeitswirksamer Aktionismus war zu beobachten. Ich glaube, dass diese Zurückhaltung gegenüber dem Thema Massentierhaltung und Tierschutz System hat und auch etwas damit zu tun hat, wie die Nähe zwischen dem Ministerium und großen Unternehmen in diesem Bereich sich abzeichnet. Eine solche Nähe halte ich grundsätzlich für problematisch. Der Auftrag des Ministeriums lautet, Anwalt beim Tierschutz zu sein. Deshalb finde ich es auch problematisch, wenn Massentierhalter selbst zu Sponsoren ministerieller Forschungsleistungen werden und beispielsweise Tierschutzaspekte, wie das bei der kürzlich erfolgten Einladung der Tönnies-Forschung quasi wie ein Anhängsel zu einem netten Event in Erscheinung treten. Ich will noch einmal aus dieser Einladung, sie ist ja allen zugegangen aus dem Ausschuss und aus dem Haushaltsausschuss, noch einmal zitieren. Da philosophiert ausweislich der Einladung der Tönnies-Forschung Peter Harry Carstensen in einem Vortrag über Ethik und Moral der modernen Nutztierhaltung, eingerahmt von einem Sektempfang und einem festlichen Dinner. Mit dabei auch das Max-Ruber- und das Friedrich-Loeffler-Institut, die von der Tönnies offensichtlich Forschungsgelder beziehen. Sie kennen den Volksspruch, meine Damen und Herren, wessen Brot ich es, dessen Lied ich singe. Solche Veranstaltungen halte ich nicht für unproblematisch, um es wirklich mal zurückhaltend zu formulieren, für die Unabhängigkeit des Ministeriums an dieser Stelle. Und es gehört auf den Prüfstand. Und das umso mehr, weil natürlich zugleich der eigene Forschungsbereich nicht ins Laufen kommt. Ich will mal an das 12-Milliarden-Programm für Forschung und Innovation der Bundesregierung erinnern. Die Mittel daraus fließen auch in den Einzelplan von Frau Aigner. Die Mittel werden sogar noch aufgestockt in 2012. Aber wenn ich mir den Titel Förderung von Innovationen im Bereich von Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher angucke, ist der Blick düster. Wir haben dort im vierten Quartal 2011 eine Situation, dass drei Viertel der Mittel nicht verausgabt worden sind im nicht investiven Bereich. Wenn ich mir den investiven Bereich bei dem Titel angucke, ist die Nicht-Verausgabung sogar bei 78 Prozent, meine Damen und Herren. Frau Schawan lässt sich vorne feiern für die Fördermillionen. Und Frau Aigner weiß nicht, wie sie mit dem Geld in die Aufgaben kommen soll. Das ist die Realität im Einzelplan 10, meine Damen und Herren. Es ist in den letzten Tagen viel geredet worden von einer vermeintlichen oder angeblichen Sozialdemokratisierung der Union im Zusammenhang mit dem Parteitag in Leipzig. Ich habe so etwas gelesen. Ich habe sogar gesehen, im ZDF ist die Bundeskanzlerin gefragt worden, wörtlich, was denn eigentlich die CDU noch alles von der SPD übernehmen will. Meine Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen aus der Koalition, für den Einzelplan 10 gilt das ausdrücklich nicht. Der ist genauso miefig und verstaubt wie die konservativen Unionisten das lieben. Und die Menschen haben auch die Hoffnung aufgegeben, dass sich vor 2013 das noch ändert. Herzlichen Dank. Vielen Dank.